hallo liebe fans des msv duisburg ich bin fabio leutenecker 26 jahre alt ich kam aus stuttgart oder komm aus stuttgart jetzt hierher nach duisburg freue mich hier beim msv zu sein und freue mich auf eine tolle zeit mit euch persönlich kennt euch noch nicht kenne ich natürlich als spieler habe einige spiele von ihm gesehen hier habe ich jetzt auch erst erfahren dass er nicht weit weg von meiner alten heimat herkommen ja mal schauen wir uns sicher mal drüber unterhalten gerade letzte saison also oder vor zwei saisons eher als der msv duisburg damals dann in die zweite liga aufgestiegen ist ja das war natürlich ja da sind wir kurz kurz hinterm msv damals mit den stuttgarter kickers gelandet da kann ich mich noch gut daran erinnern und da habe ich natürlich auch immer den msv duisburg ein stück weit verfolgt natürlich ist es was neues aber ich freue mich auch einfach auf die neue aufgabe auf das neue umfeld ja die veränderung tut mir hoffentlich gut und ja wie gesagt ich bin gespannt was was mich alles erwartet bisher konnte ich noch keine testen ich hoffe mal dass mir der ein oder andere einen schönen stand zeigt wo es die beste currywurst sie gibt rechter verteidiger habe ich jetzt die letzten jahre überwiegend gespielt und da fühle ich mich wohl und da denke ich es auch auf dem platz mein zu hause neben dem platz ja am liebsten mit netten menschen mit freunden familie da in der umgebung fühle ich mich am wohlsten die mannschaft kennenzulernen und dann auch in dem geilen stadion den ein oder einen anderen heimsieg zu feiern